Und das ist, glaube ich, aber auch eine zentrale Tür für uns, jetzt auf dem kollektiven Level, dass wir uns einmal als Individuen erkennen, aber diese Bedingtheit akzeptieren. Also wir sind Natur, wir finden nicht in einer Natur statt, die wir dann mal so angucken und benutzen, sondern wir sind das und wir existieren in Abhängigkeit davon. Denn dieses symbiotische Verstehen bei gleichzeitiger totaler Autonomie, und das ist ja dieses menschliche Dilemma der Wunsch nach Autonomie und der Wunsch nach Verbindung, wie kannst du das versöhnlich erleben und wie können wir auch ein Gesellschaftskonstrukt finden, wo wir sagen, es ist ganz wichtig, die Freiheit des Individuums zu berücksichtigen und ganz wichtig zu berücksichtigen, dass diese Freiheit in einem Kontext stattfindet, der sozial zu gestalten ist. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-wie-alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Heute stellen wir dir ein neues Format innerhalb dieses Podcasts vor, unsere Impulsfolgen. Wir wollen dich hier in kürzeren Folgen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ich-wie-alle.com. Ich bin Maike Scherbitz und in dieser und den kommenden Folgen dieses Formats beantworten Martin Permann hier und ich gemeinsam und auch Martin als Solo Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer und Community-Mitglieder gestellt haben. Die Fragen beziehen sich auf das Modell der sechs Haltungen und auf die Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährten. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Musik 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 Wollen wir zur nächsten Frage gehen? Die nächste Frage fand ich auch sehr spannend. Die ist so ein bisschen zweigeteilt. Und zwar, wie kann sichergestellt werden, dass A. die höheren Ebenen nicht als überlegen wahrgenommen werden und B. die Verbindung zwischen Ich-Wir-Alle in dem Sinne mitgedacht wird, dass gewisse Herausforderungen des Lebens aus dem Alle-System des Umfelds hervorgehen. Die Person schreibt noch dazu, ich habe ein persönliches Problem mit dem Mindset-Begriff, weil er oft auf Du bist deines Glückes Schmied verkürzt wird. Beginnen wir doch mit dem ersten Teil der Frage, wie kann sichergestellt werden, dass die höheren Ebenen nicht als überlegen wahrgenommen werden? Das ist ja auch immer mein Pain, dass ich sage, ich spreche von späteren Haltungen und nicht von höheren Ebenen. Aber die Übersetzung ist dann eben in höhere Stufen, in höhere Ebenen und so. Auch wenn ich wirklich darauf achte, das Wort nicht zu benutzen, da habe ich mir neulich gefragt, hast du das eigentlich in einem zweiten Buch dann irgendwo mal reinstehen? Alles nochmal gecheckt. Nee, du hast es wirklich nur an einer Stelle da geschrieben, dass eine Unterscheidung ist und trotzdem, wenn dann Leute darauf referenzieren, ist es sehr reflexhaft, sind es die Stufen, das ist interessant. Aber okay, und deswegen kann ich nicht sicherstellen, dass das nicht als höher wahrgenommen wird, weil es eben von den anderen, obwohl ich es nicht hinschreibe, anders übersetzt wird. Und da habe ich mal mit dem Dr. Thomas Binder, ja, der auch so einer der wichtigsten Forscher in dem Feld in Deutschland ist und ja auch das Scoring macht, darüber gesprochen. Ich sage, wie kriegt man denn die Wertung daraus? Und dann sagt er, gar nicht, das ist eine Wertung. Natürlich ist damit eine Wertung verbunden, weil du kannst sie auch testen, natürlich kriegst du dann ein Resultat. Das ist wertend. Und das andere, was mir klar geworden ist, ein wertendes Gehirn wird immer werten. Ja, dem kannst du irgendwas vorsetzen, das ist besser, das ist schlechter. Nee, das ist alles gleichwertig, nee, 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 das ist so, das ist so. Weil das Gehirn das zur Wahrheitsfindung, zur Sinnbildung braucht. Also haben wir einen Anteil, der das tun wird. Ein non-duales Modell in einer dualen Welt. Genau. Das ist ja auch die Krux, es ist viel besser, non-dual zu sein. Und du denkst so, merkst du, was? Und das ist ja auch der Catch, der ja in dem zweiten Teil der Frage drin ist, das richtige Mindset ist, wenn du deines Glückes Schmied bist. Also die Eigenbestimmung, ne. Hast du erkannt, dass du die Variabel bist, dann stell dein Gehirn doch so gut um, dass du immer glücklich bist, alles gebacken kriegst und nur tolle Gedanken hast. Und du kannst es auch. Und dann das Law of Attraction wird dafür sorgen, dass Wohlstand zu dir kommt. Dann merkst du, ach Gott, das ist ja auch eine herrlich verkürzte Vorstellung. Berauscht aber von der Eigenbestimmung und Erleben der inneren Souveränität, dass du deine Variabel erkennst. Und dass du ja durchaus auch in deinem Erleben merkst, ey, ist viel geiler als früher. Seitdem ich mich nicht mehr so als Opfer definiere, seitdem ich nicht mehr so ein Beschwerdemodus bin, seitdem ich nicht mehr so rummäkel. Kann ich irgendwie souveräner mit den Dingen umgehen? Und dann wird das sozusagen ins Ultimative potenziert. Ja, dann muss das ja für alles Geld. So diese American Idea, da kann ich ja vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Das hängt ja nur von mir, von meinem Mindset ab. Und dann merkst du, nee, du findest in der Welt statt. Und das ist ja dieser Bezug von der Ich-Wir-Alle. Und die Umstände, natürlich haben die einen Einfluss auf dich. Wenn du, was weiß ich, als Frau im Iran groß werden würdest und würdest sagen, hey, ich bin meine Glückes Schmied, ich mache, was ich will, würdest du merken, oh, ganz schnell Grenze. Ja, durch Gesetzgebung, durch soziale Akzeptanz und so weiter. Also dieses Stattfinden in einem Kontext, aber gleichzeitig ein autonomes Wesen zu sein. Und dass dieser Kontext aber ja auch durch deine Gedanken und Gefühle besteht, die ja auch nur so sind, wie sie sind, weil sie aus einem kulturellen Kontext kommen. Das heißt, was ich denke, sind ja keine Martin-Gedanken, die individuell Martin nur denkt, sondern das sind die Gedanken eines Menschen, der in Westeuropa, in der deutschen Kultur, in der deutschen Sprache gerade denkt. Und sozialisiert wurde. Und sozialisiert wurde. Und wenn ich jetzt sage, ach, jetzt möchte ich mal Gedanken denken, die jemand, der in Ghana geboren ist und sozialisiert ist, in einer anderen Religion groß geworden ist, in einer großfamiliären Struktur, dann merke ich so, das geht ja gar nicht. Ich kann mich ja nur ganz begrenzt da reinfühlen. Ich finde ja in meiner subjektiven Suppe statt, aus der ich mich auch gar nicht rausheben kann. Kurze Pause für unseren Werbeblog. Zu den Themen unseres Podcasts, der Selbst-, Team- und Werteentwicklung und Erweiterung der Haltung, bieten wir dir verschiedenste, kürzere und auch längere Workshop-Formate und Seminare an. Mehr Infos zu diesen Angeboten findest du unter shop.short-katz.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Du bist gebunden an deiner Zeit, deinen Kontext. Du bist das System. Genau. System Theorie ist für mich der zentrale Satz. Du bist das System. Und das ist ja die systemisch-autonome Haltung, weswegen ich auch dieses Begriffspaar spannend fand, wo ich immer noch nicht weiß, ob es idiotisch oder genial war, diese Doppelbegriffe zu nehmen. Weil ja so zwei Qualitäten beschreiben. Ja, einmal so, wie erlebst du dein Bewusstsein als autonom? Ja, aber wie erlebst du sozusagen dich in Verbindung zu außen und als systemisch gebunden und verbunden? Und mich gibt's in dem Sinne nicht mehr als dieses losgelöste, freiheitliche Individuum, das sozusagen machen kann, was es will und meines Glückes Schmied ist, sondern, ja, das bin ich auch in gewissen Grenzen. Und natürlich habe ich diese Eigenbestimmung, aber ich übertrage die nicht mehr auf dieses, dass ich losgelöst von der Welt existieren könnte. Ja, oder wenn ich morgen einen Schlaganfall habe, ja toll, ja, da kann ich ja gar nichts machen, dann ist mir das geschehen und dann ist Schluss mit Glückes Schmied in dieser anderen Haltung. Und das ist, glaube ich, aber auch eine zentrale Tür für uns jetzt auf dem kollektiven Level, dass wir uns einmal als Individuen erkennen, aber diese Bedingtheit akzeptieren. Also wir sind Natur, wir finden nicht in einer Natur statt, die wir dann mal so angucken und benutzen, sondern wir sind das und wir existieren in Abhängigkeit davon. Und dieses, ich sag mal, symbiotisch Verstehen bei gleichzeitiger totaler Autonomie, und das ist ja immer dieses menschliche Dilemma, der Wunsch nach Autonomie und der Wunsch nach Verbindung, wie kannst du das versöhnlich erleben, ja, und wie können wir auch ein Gesellschaftskonstrukt finden, wo wir sagen, es ist ganz wichtig, die Freiheit des Individuums zu berücksichtigen, und ganz wichtig zu berücksichtigen, dass diese Freiheit in einem Kontext stattfindet, der sozial zu gestalten ist. Und nicht der Markt gestaltet das dann, die unsichtbare Hand, die dann einen super Kontext macht, wo jeder frei sein kann, wo du merkst, nee, das führt irgendwie nicht dazu, sondern das hat den Monopoly-Effekt, der ja auch hinreichend bekannt ist, die Reichen werden reicher. Die Systeme werden überlastet und andere haben dann die Probleme auszubaden. Das ist ja die Situation, wo ich ja glaube, warum da eine gewisse Hoffnung ist, im systemisch autonomen Bewusstsein das anzuerkennen und zu erkennen und aus diesem ko-kreativen Raum, ja, okay, was machen wir denn aus dieser Erkenntnis? Dass wir uns eben nicht ideologisieren, ihr müsst jetzt so sein, Verzichtslogiken und dieser Dogmatismus, der dann ja denen unterstellt wird, so, die Grünen, die sind Ideologen, ja, und ich verstehe die Angst vor der Ideologie. Und die ist berechtigt. Gerade im deutschen Kulturraum, ja, ist es berechtigt, eine Angst vor Ideologie zu haben, weil das die Freiheit des Individuums verhindert. Aber wie kannst du eine neue Art der Aufklärung finden, wo du sagst, ja, okay, dann lass uns individuell eigenbestimmt unvernünftig sein, ja, unvernünftig ist wichtig, ne, und dann daraus im Diskurs was Neues schöpfen. Aber nicht einfach das soziale Miteinander ignorieren als irrelevant. Deswegen ist da ein ganz spannender Punkt, den diese Frage berührt, dass es nicht als höher wahrgenommen wird, im Sinne von einer Ideologie, die besser ist. So nach dem Motto, jetzt kommt da einer mit einem neuen System, das ist aber letztendlich auch eine Ideologie, wo man den Leuten sagt, ja, jetzt müsst ihr das so machen, sondern wo du sagst, nee, ist nur eine Landkarte und die Freiwilligkeit ist die Eintrittskarte. Und die ist unabdingbar. Und das finde ich auch mal interessant, wo man ja manchmal auch so rumfantasiert, dürfen wir den Menschen die Freiheit denn zugestehen im Angesicht von dem, was wir mit dieser Freiheit machen. Und du sagst, ja, natürlich kannst du Gesetze erlassen und sagen, bestimmte Dinge machen wir nicht. DDT versprühen wir nun mal nicht auf die Felder Freiheit hin oder her. Natürlich kannst du das regeln und steuern. Aber im individuellen Sinne ist es wichtig, dass dieser Raum des Individuums, sich freiheitlich zu entwickeln, immer offen bleibt und eben nicht durch eine Ideologie beschränkt wird. Und jetzt wäre wahrscheinlich der gesellschaftliche Diskurs interessant. Ja, was heißt denn eben, sich frei zu entwickeln und brauche ich dafür eine Welt ohne Tempellimit? Also ist das notwendiger Bestandteil? Oder sagst du, nee, braucht es nicht. Auch in anderen Ländern, wo man nur 100 oder 130 fahren kann, entwickeln sich Menschen. Und da wird es dann Beispiele finden, wo kollektive Freiheit nicht notwendig ist im Sinne einer, ich mache, was ich will und trotzdem das Individuum in seiner freiheitlichen Entwicklung gesehen wird. Und das, glaube ich, ist in dieser Spannung drin, also Modelle nicht als moralische Hinweise der Überlegenheit zu sehen und eben nicht die Verantwortung auf das Individuum zu übertragen, jetzt bist du für alles verantwortlich, sondern auch zu akzeptieren, dass die Entwicklungsfähigkeit vom Kontext abhängt. Also ich finde, du hast da auf jeden Fall gerade einige schon fast sehr philosophische Fragen berührt und mir sind mal einige Sachen eingefallen zu dem. Also einmal so ein Zitat von Arthur Schopenhauer, was bestimmt einige kennen. Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Also das so zu dieser Systemabhängigkeit, die ich eben auch aus dieser Frage rausgelesen habe, immer wieder so dieses Anerkennen, ja, wir sind Teil des Systems. Ja, das ist ja interessant bei Schopenhauer, der ja nun nicht gerade der größte Optimist war. Aber er war ja einer der Ersten, der diese asiatischen Gedanken, buddhistischen Gedanken und so, die westliche Philosophie gebracht hat. Ich bin ja großer Fan von Michael Hampe, der ja gerade dieses Buch wo zugeschrieben hat, Philosophie der Zwecklosigkeit und das also so kritisch sieht. Und Nietzsche, der ja auch von Schopenhauer total beeinflusst war, hat ja dann so die Idee des freien Individuums so nach vorne geprägt. Und ich habe mir neulich nochmal all so Sprach Zarathustra angehört zum Auto. Und Nietzsche ja total, auch so ein Philosoph der Freiheit, der interessanterweise heute noch einer der fünft am meisten gelesenen Philosophen der Welt ist. Fand ich auch interessant. Also Aristoteles, Platon, Kant, Marx und Nietzsche. Das sind die Top Five. Und Nietzsche gerade im asiatischen Raum fand ich auch interessant. Japan, China, die beschäftigen sich mit Nietzsche. Ja, weil Nietzsche, natürlich diese Idee des eigenbestimmten souveränen Individuums, der Zarathustra, der es checkt, der Wille zur Macht, der Wille zum Handeln, der Wille zur Tat, was dann ja ideologisch ihm ja auch vorgeworfen wurde oder von seiner Schwester dann ja auch nazifreundlich umgemünzt worden ist. Dahinter steckt aber, glaube ich, schon diese übersteigerte Fantasie des eigenbestimmten Menschen, der aus sich selber heraus handeln kann und sozusagen sich über den Kontext erhebt. Und Zarathustra, wenn man sich das so anhört, ja, das ist ja auch nochmal so eine Figur. Ich gehe in die Einsamkeit, werde total schlau, komme runter zum Volk und sage denen, wie der Hase läuft und dass sie es an sich nicht richtig checken und in ihren Konventionen so fest sind und ich stehe über den Konventionen. Und sicherlich in der Tradition, wenn man in der Philosophie bleibt, auch Satre sagt ja, du bist verdammt zur Freiheit, du bist für alle deine Entscheidungen verantwortlich. Also übernimm die Verantwortung für alles, was du tust. Du bist verantwortlich für deine Gedanken und Gefühle. Du bist verantwortlich für dein Weltbild. Du bist verantwortlich für deine Entscheidungen. Ja, was ja auch nochmal so dieses existenzialistische Freiheitsmotiv hat. Und was dann natürlich eben auch den Kontext so ein bisschen weglässt. Und da kommst du eben zu dieser Dekonstruktion, die dann ja in den nächsten Philosophien stattfindet. Dieses Du gibt es ja gar nicht. Sondern dieses Du ist ja auch wieder ein Produkt der Kultur, in der du drin bist. Und das ist dann vielleicht dann das Asiatische, wo die dann eben unterscheiden zwischen den Ichs, dem Maya, der Verstricktheit in Worten und Deutung und dem Selbst, dem Raum, der das dann halten oder beobachten kann. Also wo dann so eine andere Unterschiedsbildung getroffen wird, die dann diese Selbstdistanzierung noch ermöglicht, die ich dann vielleicht bei einem Zarathustra, der total von seiner Rechthaberei auch überzeugt ist. Oder auch ein Satra, wo du das weniger merkst. Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.